In den Kavallerieschulen wurde Springen über Gräben und Welle die sogenannte Gymnastizierung in der Krähe, also die Vessur und das Geländereiten, bekannt auch als Militär, eingeführt. Es ging darum, die Wendigkeit im mobilen Einsatz zu erhöhen und natürlich auch die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Hier ist die Schaus of the 20th Century. Die Nationen schickten ihre Reitoffiziere natürliche Bräder. Die Wendigkeit der Uniform zu den großen Kreisen der internationalen Tourniere. In den 20er Jahren hießen Ressurprüfungen übrigens noch Eignungsprüfungen für Reitgärten. Hierbei wurde der Ausbildungsstand von Reiter und Perden überprüft. Sie haben natürlich mittlerweile auch einen normalen Ressurreiter in der historischen, damals typischen Kleidung entdeckt. Auch ihre Ausrüstung ist historisch, insbesondere die Zeugung. Das ist alles, wie es in den frühen Tagen hier bei uns in der Söers war. Die Fachleute unter Ihnen werden es bemerkt haben, auch der Sitz ist aus der Krusen aller Zeit. Sie alle werden mir recht geben, das ist eindeutig die sogenannte, genau, Stuhlhaltung. Diese Spannen zeigen die Vielfalt der zur damaligen Zeit in den Fahrwettbewerben eingesetzten Kutschen. Tatsächlich haben die Kutschen beim Aachener Turnier eine lange, lange Tradition. In den 20er und 30er Jahren machten die Fahrprüfungen 25% des Prüfungsangebotes aus. Schon die Turnierhoffnung des internationalen Reitturniers Aachen aus dem Jahre 1928 war ein stattliches Regelwerk. Ich blättere gerne mal hinein für Sie. Da wurden nicht nur Gangwerk, Temperament, Aufbildung und gegebenenfalls zusammenpassende Pferde bewertet. Da ging es auch um Bauart und Beschaffenheit von Wagen und Geschirr, aber auch, Achtung, um Anzug und Haltung des Kutschers. Ja, so war es aber schon. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Springen. 1928 wurde in der Kavallerieschule Hannover ein Springstall eingerichtet, der den italienischen Springstil, den sogenannten Caprilli-Stil, zum Vorbild hatte. Sie sehen das hier. Dieser neue Stil wurde zunächst im Wald geprobt, damit es keiner ausspionieren konnte. Auf internationalen Turnieren zeigten sich fast ausschließlich Soldaten in Uniform. The soldiers in their uniforms were quite a common sight in the past. Of course they had a military appearance, but indeed the shows were also characterized by their friendly nature. Merkel, Merkel, am Ende siegt immer die Freundschaft und eine gemeinsame Leidenschaft verbindet. Gut zu wissen. Bürger SCI-Präsidentin沒 große Musik Applaus 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 Das sollen wir, meine Damen und Herren, Eulen nach Athen oder besser noch, Rinden nach Adeltag. Applaus 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 Applaus